ja hallo zusammen zu einer neuen folge grimdorn rain of terror und ja eigentlich soll es die letzte aufnahme für heute sein nicht nur eigentlich es ist die letzte aufnahme für heute danach es sich erst mal was los freunde als ein boss dabei noch mal alter und kein so beschissener erst mal auf alter penner echt jetzt leckt mich gerade was dieses symbol hier soll was soll die aktiven quest ich gerade mal hier herum geschoben habe und ganz gerne hier wieder hin haben würde und dann mal eben dann mal willst mich verarschen jetzt gerade mal warum er dir so komisch anzeigt ist mir gerade ein rätsel ich weiß es nicht hallo freundchen wir haben da mal was zu besprechen ich habe jetzt nichts gesehen aber ist auf jeden fall nicht mehr da wo er war soll mir auch recht sein grund auf die map gucken da könnte man einmal so rum sozusagen alle ach man ach man echt alles gut da oben so da ist aber auch ehrlich gesagt nichts weiter wenn ich das mal sagen darf okay da geht es nicht da gut da war irgendwo der andere ausgang darum muss auch mal ich habe keine ahnung was jetzt hier unser ziel ist ehrlich gesagt vielleicht vielleicht gleich mal beim zurücklaufen gucken wo das darkwood hin führt alle die zwei etagen muss ich eh was ist hier eine kiste darkwood habe ich noch gar nicht glaube ich gesehen hallo lasst meine bogenschützer in ruhe gute alter aber auf jeden fall assassine ist sie okay dann kommen wir hier rum kiste ja aber sonst da oben geht das da noch bald geht das da noch weiter wenn es das ein sehr enger durchgang aber nein geht es nicht da oben könnte noch was sein aber da wir eh dann im darkwood ausgang vorbei müssen gehen wir da mal hin weil darkwood wüsste ich nicht wir gehen mal gucken einfach mal raus wir können auch gleich wieder reingehen wenn es sein muss du sie da gut sind wir aber auch völlig anders aber dass wir der quest geht mir gerade so ein bisschen auf den senkel okay hier kommt man zum darkwood aber ich habe hier keine jetzt will ich mal übrigens das geht mir gerade so ein bisschen auf den sack hier na doch find the tree of in the fruits of the darkwood and recover the scroll of aha also wir sind hier nicht verkehrt aber warum er hier wartet mal in ganz kurz options warum zum teufel in der face das krebs war das krebs hält ich hoffe dass es beim nächsten mal weg ist ich habe keine ahnung warum das auf einmal so komisch ist ich wahrscheinlich irgendwas angeklickt oder so keine ahnung haut ab ey lass den scheißlein nochmal hier so mal zurück hier das ist gerade mal alles ist schön wäre jetzt natürlich wenn es hier irgendwie sowas wie sagt schon wie ein port gäbe weil das soll halt letzte aufnahme heute sein wind und muss gleich was essen jetzt diabetiker ist man ja immer so ein bisschen bisschen ja wie soll ich sagen man muss das dann halt machen sich da in bestimmte zeit also wo 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 ab hier einfach mit euch scheiß dreck ich muss mal weg als magier ist das hier gerade nicht so ganz unproblematisch haben wir es bald so eine backe eine bütte noch mal das war jetzt eben nicht ohne muss man mal so sagen aber hier ist die quest die wir erledigen sollen ich sag voll wäre jetzt stürmt jeder mal toll wäre jetzt wenn sie irgendwo ein port gäbe aber so kriegt man den ep wagen auch recht schnell hoch so ich finde in so einem großen gebiet darf es durchaus einen fortsteig ja auch da oben ja ganz ganz toll ach komm leute ihr könnt mir doch ein port steigen ich bin sogar der feste überzeugung dass es hier irgendwo ein port steigen gibt ich kann mich täuschen ach komm war da nicht irgendwo einer ich bin mir da irgendwo oder nicht nee da ist der boss oder so keine ahnung da ist auf jeden fall nicht der port stein aber ich bin mir echt relativ wir haben ja schon wieder geschnetzelt alles klar ich war der festen überzeugen dass es irgendwo ein gab ich kann mich da auch echt jetzt täuschen aber ich kann mich da auch echt jetzt täuschen aber Ich glaube, das war so. Hey Freunde. Da ist eine Hütte. Aber ich habe es gar nicht wahrgenommen. Tut mir leid. Aber ich sehe hier echt keinen verdammten Portstein. Ich meine, wenn es so ist, dann ist es so. Dann werde ich mich hier das nächste Mal wieder hin kämpfen. Bringt ja auch nur EP. Das Schöne ist, auf der Map wird ja immer angezeigt, wo du schon gewesen bist. Die Höhle werde ich auch wieder finden. Ich war ja sehr weit im Norden von der vorherigen Map. Das ist alles nicht das Thema. Aber am Portstein. Ah, ich wusste es doch. Den hole ich mir jetzt erstmal. Ja, ist gut. Mir war der Portstein gerade nur wichtig. Den haben wir jetzt nämlich. Das heißt, wir müssen uns hier nicht wieder herkämpfen. Und ich werde dann, wenn ich die Quests in den Bereich erledigt habe. Ich bin hier beim letzten Mal auch völlig anders hergekommen. Bin ich mir recht sicher. Aber hey. Bin ich mal den anderen Weg gegangen. Das nächste Mal werde ich einfach durch die Höhle zurückgehen. Weil da ist dann noch die zweite. Also Level 2 der Höhle. Ich glaube, da war auch dieser blöde Frosch, Kröte, wie auch immer. Da werde ich mich auf jeden Fall auch nochmal hinbegeben. Weil der ging mir damals, als ich das erste Mal da war, etwas auf dem Senkel. Um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Hi Freunde. Und dann werden wir in der nächsten Woche Level 10 erreichen. Ich glaube nicht mehr, dass es noch in dieser Folge wird. Weil die geht auch gerade eben, als ich drauf gucke, nämlich auch genau 15 Minuten. Und aus der Warte gesehen, werde ich das jetzt hier an dieser Stelle beenden, ihr Lieben. Und dann wird es in der nächsten Woche, am vermutlich Montag, dann werden wir, oder spätestens am Dienstag, werden wir Level 10 erreichen. Und das heißt, heute, wenn diese Folge kommt, muss Freitag sein, wenn ich mich nicht wieder so dusselig verklickt habe, wie letzte Woche. Dann schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr meint. Ich zeige euch nochmal, kann ich überhaupt, ne, kann ich jetzt gerade nicht zeigen. Okay, wir werden sehen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr meint, was für ein Char mit Schaden, also Eis und Blitzschaden, welcher Char hier gut zu dem, zu der Sorceress, Sorcerer, wie auch immer passt. Schreibt es mir in die Kommentare, ich bedanke mich jetzt schon mal, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und lasst es euch gut gehen. Tschüss.